Und damit melde ich mich zurück zu einer weiteren abendlichen Spielrunde bei den Siedlern. Wir haben ja das letzte Mal das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht. Und gerade als zukünftiger König sollten wir natürlich schauen, dass wir wieder Herr dieser Lage werden. Von daher ein ganz kurzes Intro und direkt geht's hinein in diese Karte. Oder in diese Mission. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Bis gleich. Seitdem die Wettermaschine von Leonardo in Wirkung trat, hörte es einfach nicht mehr auf zu regnen. Und das ehemals ausgetrocknete Gebiet fing an zu versumpfen. Es regnete Wochen, Monate, unentwegt. Die anfängliche Dankbarkeit der Bewohner Clay Courts schlug mit jedem Regentropfen ins Gegenteil um. Sie nannten die Helden nunmehr ihre Feinde, denn erst durch sie war dieses Gebiet völlig unbrauchbar geworden. Sie zwangen sie, so lange zu bleiben, bis das Gebiet wieder in seinen früheren Zustand zurückgebracht sei. Doch wie sollte das geschehen? Ohne abermalige Hilfe des ein wenig eigentümlichen Erfinders würde dies wohl kaum gelingen. Leider hielt seine letzte Maschine den ständigen Regen nicht stand und zerbarst. Oh, Dario, mein Freund, das Wasser ist nicht unser Element. Wurde nicht unsere kleine Burg, die wir als Kinder bauten, von einem Regenguss zunichte gemacht? Nun haben wir selbst einen ganzen Landstrich mit Wasser verheert. Dario, mein Freund aus alten Zeiten, wir sollten Leonardo aufsuchen und schauen, was wir tun können, um das Problem zu beheben. Die Leute aus Barmessia unterstützen uns. Sie sind uns trotz allem dankbar für den Regen. Die lange, schwelende Feindschaft zwischen Barmessia und dem benachbarten Claycourt aber ist ausgebrochen. Die Truppen aus Claycourt rennen gegen die Verteidigungsanlagen von Barmessia an. Es ist ungewiss, wie lange Barmessia dem Stand halten kann. Ein Ende des Regens könnte die Parteien womöglich zur Vernunft bringen. Missionsziele Suche Leonardo auf und beende mit ihm die Regenfluten. Und Nummer zwei, unterstütze Barmessia bei ihrer Verteidigung. Ballamaus, was machst du da? Bringe mich doch nicht so durcheinander. Ja, ich würde sagen, das Gebiet hier schaut sehr unbrauchbar aus. Was sehe ich denn hier unten? Okay, ein Dorfplatz und eine Burg. Das heißt, wir können auch hier schon mal von dieser prekären Ausgangssituation erstmal runter. Das sieht schon mal sehr schön aus. Dann reiche man mir hier diese vier Leibeigenen. Wir brauchen erstmal ein Dorfzentrum, damit das schon mal geklärt ist. Und wir sollten vielleicht mal zu Leonardo schauen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich gebe mal stark davon aus, dass wir dafür in diese Richtung müssen. Und oh, 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 ich sehe schon hier die Möglichkeit, dass hier ein Rohstoffschacht ist, wenn ich hier diese Konturen richtig deute. Und, ah, wenigstens ein ordentlicher Lebensschacht mit 12.000 Einheiten. Das ist doch für den Start schon mal ganz angenehm. Ja, Dauerregen monatelang und die ganze Gegend ist quasi ein großes Sumpfland. Wobei ich jetzt so aus rein persönlicher Sicht sagen würde, zum aktuellen Wetter hier bei mir im Zimmer mit gefühlten 540 Grad, ohne mich beschweren zu wollen. Mir wäre ein gewisses Maß an Dauerregen in diesem Fall doch eindeutig lieber. Aber gut, wenn ich da jetzt mal so unauffällig aus dem Fenster rausschaue, da zieht sich schon wieder ordentlich was zusammen. Demnächst sollte es wahrscheinlich wieder ordentlich regnen. Also auch hier bei mir. Und dann ist wieder alles gut. Da kann man vielleicht mal wieder nach draußen gehen, ohne nach zwei Minuten schon das Gefühl haben, dass man verbrennt. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, meine Jungs sind hier fertig. Oder unsere Jungs. Wir sind ja hier als Gruppe unterwegs, wortwörtlich. Und die dürfen hier erstmal den Lehmschacht besetzen. Und wir haben ein bisschen Geld übrig. Da holen wir uns auch gleich mal noch vier Leibeigene. Denn was wäre denn eine Wirtschaftssimulation oder ein Wirtschaftsspiel ohne Holz? Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch die Holzeinheiten wieder. Diese Überleitungen sind schon wieder am Anfang. Ich bin fasziniert von mir selbst. Was sehr viel heißt wie... Ich habe das wahrscheinlich in zwei Minuten eh wieder vergessen. Nun gut. Wo ist denn jetzt hier der Weg zu Leonardo? Ich glaube, wir sind sogar fast hier. Das schaut schon mal ganz gut aus. Okay, ich dachte schon, die drehen um. Nee, aber bis jetzt ist alles gut. Moment, Moment, Moment. Er hat getan, was wir wollten. Dann bauen wir uns doch sofort eine Wettermaschine. Und das Problem ist gelöst. Okay, es wäre natürlich zu einfach. Aber ja, da müssen wir natürlich gucken, wie wir hier am schlauesten verfahren. Wir bräuchten eigentlich wieder eine Wettermaschine, aber können irgendwie keine bauen. Das finde ich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Und... Ah, okay. Also es ist in weiten Teilen noch die Karte vom letzten Mal. Von der letzten Mission. Natürlich jetzt auf entsprechender Wasserbasis. Aber dann kommen wir trotzdem mal hier ums Eck rum. Der sagt uns bestimmt, was er braucht und was er nicht braucht. Ich hoffe bloß, wir werden in der Zwischenzeit nicht angegriffen. Und ich hoffe, dass da unten trotzdem noch irgendwo wieder eine Eisenmine für uns zu holen ist. Und noch möglicherweise um eine Kerberos. Apropos ohne Kerberos. Wir können doch über das Diplomatium nicht mal spicken. Okay. Wir sind insgesamt drei Parteien auf dieser Karte. Claycourt, Barmessiah und wir als daselbst. Das heißt, wir haben zumindest schon mal nicht das Problem, dass wir uns mit Kerberos rumschlagen müssen. Das ist schon mal ganz gut. Moment, da hat jemand getan, was ich wollte. Das ist sehr gut. Ihr vier geht mal hier hin und klopft wieder Lehm. Den brauchen wir bestimmt auch noch. Ach nee, halt, Moment. Wir bauen ja schon hier Lehm ab. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Hochschule. Haha. Oh, dafür haben wir nicht genug Holz. Gut, jetzt haben wir immer so lange mit Holz. Und wir sprechen hier mal mit Leonardo. Seid gegrüßt. Ich habe schon von der schlechten Nachricht gehört. Ist ja auch nicht zu übersehen. Wir haben nur eine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Ich muss die Wettermaschine neu bauen. Und diesmal wird es klappen. Dazu werde ich jedoch viele Rohstoffe benötigen. Als erstes bräuchte ich dafür jede Menge Holz. Besorgt mir erst einmal dies und dann werde ich euch kundtun, was als nächstes vonnöten ist. Ja, das klingt jetzt natürlich eher suboptimal. Wie viel Holz? Das geht bestimmt über das Diplomatie-Menü. 1000 Holzeinheiten. Okay, ich sehe schon. Das könnte etwas länger dauern, bis wir die zusammen haben. Wir können ja auch schlecht für den Fall, dass wir angegriffen werden, nur Holz produzieren. Wir können ja schlecht unsere Angreifer aus Claycord mit Holzbalken bewerfen. Gut, ich meine, das wäre ja in der Theorie zwar möglich, aber wahrscheinlich mäßig effektiv. Aber nichtsdestotrotz, hier ist überall Wasser. Ich schaue nur gerade, haben wir etwas hier noch an den Rändern, was nach einer Mine aussehen könnte? Also Stein, Eisen, Schwefel. Hm, höchstens hinten vielleicht. Okay, dann müssen wir warten, bis unsere Helden wieder da sind. Und dann schauen wir mal, was sich da noch machen lässt. Auf jeden Fall, was sich auch noch machen lässt. Ich sehe es nämlich gerade, wir haben genug Holz. Ist es, oder ist die Möglichkeit, eine Hochschule zu bauen? Wo habe ich sie denn? Da habe ich sie denn? Da habe ich sie doch. Die Frage ist bloß, wo stellen wir die hin? Die braucht irgendwie ziemlich viel Platz. Moment, dann überlegen wir mal logisch. Brauchen wir irgendeine Verbindung zur Hochschule? Nee, das heißt, wenn die Abseits steht und kriegt ihre Getreide... Ihre Getreide, genau. Und kriegt ihr... Ah, na, wie heißt es denn? Ihre Unterkünfte. Wahrweise, die Dozenten kriegen ihre Unterkünfte und ihren Essensplatz. Sollte ja alles gut sein. Ist ja erstmal egal, wo die steht. Man soll sie natürlich nicht neben feindlichen Türmen aufbauen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Obwohl, das könnte man eigentlich direkt mal ausprobieren. Nee, mach mal nicht. Kostet alles auch bloß Rohstoffe. So, aber so ist es auch schon. Hat dieser ständige Regen vielleicht auch den einen oder anderen Amienschacht noch freigespült. Das finden wir hier natürlich auch gleich raus. Die können wir sogar schon aufwerten. Dazu fehlen uns aber natürlich Geld und auch der Lehm. Wahlweise jetzt, in dem Moment, wo ich es anschaue, ist natürlich der Lehm fertig. Äh, war er wahlweise fertig gesammelt. Äh, der Gelehrte nimmt seine Studien auf. Ja, ja, jetzt jammert doch nicht immer gleich darum. Lasst es mich doch erstmal hier bauen. Oh, oh, perfekt. Direkt daneben. Hier ist irgendwie... Okay, ne, hier kommen wir doch drüber. Alles gut. Und unsere Helden sind genau hier. Dann spazieren wir mal hier in diese Richtung. In der Hoffnung, dass wir hier noch wirklich irgendwas finden. Ein bisschen Stein, das ist immer gut. So, ich überlege nur gerade. Wir sehen es oben rechts im Bildschirm. Wir haben sechs größere Porträts für Helden. Drei haben wir. Das heißt, oh, hier ist ein Steinbruch. Also das heißt nicht, äh, also die sechs Porträts haben nichts mit dem Steinbruch hier zu tun. Aber das heißt, wir haben noch drei Helden zur... Wie soll ich sagen? Drei Helden werden sich uns höchstwahrscheinlich noch anschließen. So, darum soll ich es vielleicht eher sagen. Da frage ich mich nur... Da frage ich mich nur, kommen wir hier weiter? Schaut so aus. Äh, da gehen wir auch gleich lang. Haben wir hier hinten noch was? Nö, hier hinten schaut das ziemlich zu Ende aus. Äh, ne, was soll ich sagen? Ich frage mich da nur, welche drei Helden sich uns da noch anschließen werden. An zwei kann ich mich hier sogar noch erinnern. Auch wenn ich jetzt mal für mich behalten werde, welche das sind. Aber dann fehlen da immer noch... Fehlt ja immer noch einer oder eine. Egal, das kriegen wir früh genug noch raus. Wir müssen jetzt bloß erst mal schauen, wie geht es denn hier weiter. Ich meine, wir sehen hier schon ein bisschen was an Rohstoffen und Lehm. Und, äh, was ist das hier? Schaut so aus, als wäre hier eine Pfütze. Okay. Nein, ich habe natürlich schon wieder auf Rohstoffe gegeiert, aber dem war nicht so. Haben wir hier denn eine Möglichkeit, noch mehr Sachen zu finden? Denn bisher sind wir da eher schmalspurig unterwegs, was ich ein bisschen schade finde. Äh, was ich ein bisschen schade finde. Aber so wie ich das bis jetzt einschätze kann, haben wir bisher nur eine Öffnung aus diesem Sumpf heraus. Und bei dieser Öffnung laufen wir gerade dran vorbei. Das heißt, wenn man hier irgendwo durch kann oder nicht durch kann, sind wir sogar von unseren Feinden abgeschnitten. Gut zu wissen. Es ist eigentlich auch wieder irgendwas übersehen. Okay, hier kommt niemand durch. Höchstens hier noch. Okay, dann schauen wir mal in diese Richtung weiter. Und zahltag ist auch. Und müssen natürlich nebenbei forschen und unsere Wirtschaft weiter aufbauen. Das sollte ich natürlich nach Möglichkeit nicht vergessen. Schaut aber sehr idyllisch aus. Die Hochschule neben diesem, ja, dezent riesigen 30 Meter Baum. Aber schaut sehr idyllisch aus, auf jeden Fall. Und dann brauchen wir natürlich erstmal wieder die Konstruktion. Und wie auf Kommando ist genug Leben. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Jetzt muss ich bloß überlegen. Also wir könnten hier Sachen hinbauen. Ich musste gerade überlegen, aber schon wieder, ich muss überlegen, gesagt habe. Aber dass ich es jetzt schon wieder zweimal gesagt habe, habe ich das wahrscheinlich gesagt. Oder so, Moment, jetzt habe ich mich gerade selber aus der Dings rausgebracht, aus der Fassung. Nee, wir brauchen natürlich erstmal ein bisschen mehr Holz. Das macht ihr. Und mehr Lehm brauchen wir natürlich auch. Und mehr Leibeigene eigentlich auch. So, dann haben wir das schon mal. Ihr zwei. Okay, Holz und Lehm brauchen wir jeweils beides ziemlich viel nach wie vor. Das heißt, ihr klopft hier erstmal mit Lehm ab. Ich bin froh über jeden Lehmbrocken, den wir sammeln können. Und dann, wenn hier fertig erforscht ist, können wir die ersten Veredelungsgebäude bauen. Das würde mir so direkt in den Kram passen. Dann gucken wir hier mal ums Eck rum. Wie gesagt, ich bin gerade hier bei diesen Karten da, bei den Karten davor, ist mir noch das ein oder andere Detail eingefallen. Aber wenn ich hier so drüber nachdenke, da weiß ich ehrlich gesagt fast gar nichts mehr dazu. Aber das macht den Spielspaß trotzdem nicht geringer. Ich würde sogar fast behaupten, dass es den sogar noch erhöht, weil man weiß ja nicht, was dann auf einen zukommt. Oh, Eisen kommt auf uns zu. Was haben wir noch? Außer massiv viel Wasser. Hier können wir noch ins Eck runterlaufen. Mal schauen, ob wir hier noch was finden. Und die Konstruktion wurde erforscht. Das ist natürlich die Frage. Oh, das ist sehr schön. Die Veredelung für Linken können wir uns sogar leisten. Was ich vorhin noch sagen wollte. Ich überlege, bauen wir hier Veredelungsgebäude hin oder lassen wir hier den Platz frei? Das andere ist, wenn wir irgendwo ein Lager hinsetzen, was ich ja auch vorhabe später, gerade auch für die Marktplatzoption, können die ganzen Handwerker auch da die Rohstoffe rausnehmen. Aber ich wusste nicht, wo wir das jetzt schon hinsetzen sollten. Das heißt, wir setzen erstmal hier hin das erste Veredelungsgebäude. Das muss er nicht alleine machen. Je schneller es aufgebaut ist, umso besser. Und danach kommt gleich noch eine Sägemühle hinzu. Das sind so ein paar Felsbrocken. Okay, das kann man auf jeden Fall machen. Wow, Felsbrocken. Da standen jetzt alle davor. Uh, toll. Felsbrocken. Aber okay. Oh, oh, oh. Was sehen denn meine Augen hier? Meine blutunterlaufenden. Ein Eisenschacht. 12.000 Eiseneinheiten. Das ist doch sehr schön. Ich gebe mein Bestand. Oh, abgesaufene Häuser. Das ist jetzt weniger schön. Und noch mehr Lehm. Okay, ich glaube hier, genau hier müsste dieser Eisenschacht sein. Und hier war doch vorher dieses Wohnhaus, äh, dieses Wohnhaus, sage ich schon. Dieses Gemeindezentrum. Na, das ist natürlich ärgerlich. Okay, hier. Schauen wir mal hier lang, ob hier nicht auch noch irgendwie ein Übergang oder so ist. Ich würde es begrüßen, wenn hier das Wasser gar nach unten geht, aber ich kann das gerade nicht richtig sehen. Das schaut sehr gut aus. Das freut mich. Das heißt, wir gehen erstmal hier in diese Richtung und schauen. Moment. Genau. Also wir haben im Endeffekt jetzt hier diesen großen Streifen, auf dem Feinde zu uns vorstoßen könnten. Wenn sie das wollten. Aber das muss ja nicht sein. Also ich wäre euch zumindest sehr verbunden, wenn ihr das nicht tun würdet. So, jetzt setzen wir das mal noch daneben. Ja, ja. Die Wohnhäuser, die kommen gleich. Wir brauchen jetzt erstmal hier diese Möglichkeit, dass hier wirklich ordentlich aufgerüstet wird. Und ich sehe schon, der Holzvorrat steigt verhältnismäßig rapide an. Das freut mich zu sehen. Denn umso früher können wir Leonardo das Holz aushändigen, das er braucht. Wobei ich das ungute Gefühl nicht loswerde, was Leonardo selbst ja auch schon angedeutet hat, dass er sehr viele Rohstoffe braucht. Also wahrscheinlich nicht nur Holz. Und eine Sache, die ich mich noch gerade so frage, weil mir das gerade so einfällt. Wir sind von den Leuten aus Claycott Tage, Wochen, wenn nicht sogar monatelang aufgehalten worden. Damit uns jetzt nach ein paar Monaten einfällt. Und wir können noch mal schauen, ob wir noch eine Wetermaschine bauen können. Hätte man die Idee nicht irgendwie vorher haben können oder so? Gut, ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wir haben gewartet und gehofft, dass der Ring wieder aufhört. Aber das so tut er momentan. Oder wie soll ich sagen, er tut es ja auch die ganze Zeit nicht. Oh, noch ein Ziedlungsplatz. Das ist sehr schön. Na, komm, ich möchte gerne dahin zoomen. Dann machen wir das so. Ach so, ja, 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 genau. Hier die sechs Gelehrten und der Bauernhof, äh, wir sagen, Bauernhof-Bedienstete, das sind sieben Mann, das ist natürlich einmal zu viel. So, dann setzen wir hier erstmal noch ein Haus hin. Und ihr zwei, baut mir hier mal bitte noch einen, 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 einen Bauernhof. Ich habe den Namen gerade gesagt, haben wieder vergessen. Hei, 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 hei. Okay, dann gehen wir hier mal weiter nach unten. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Ich meine, wir haben schon ein paar sehr wertvolle Sachen gefunden. Aber da merke ich schon wieder, wie ich gierig werde. Und hier das eine oder andere natürlich dann eben noch mitnehmen möchte. Und gerade so als, 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 äh, soll ich sagen, als zukünftiger Kriegsherr in diesem Spiel wird es mich auch interessieren, was wir jetzt vielleicht ebenfalls an neuen Einheiten zur Verfügung haben. Das könnte alles noch sehr interessant werden. Wir müssen bloß schauen, dass wir hier alles entsprechend aufgerüstet bekommen. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Da, die zwei suche ich. Sehr schön. Wir auf Kommando sind die zwei fertig. Das ist sehr löblich. Ja, 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 ja. Oh, und alle Leute sind untergekommen zum Essen. Nicht schlecht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieben Lehm. Los, eilt euch. Mir düngt nach sieben Lehm. Wunderschön. Kann ich den hier irgendwo noch hinsetzen? Nein, nein, nein. Dann setzen wir den da unten hin. Ist vielleicht jetzt nicht die Nonplusultra-Lösung, aber es soll ja erstmal nur seinen Zweck erfüllen. 400 Talakur würde uns dieses eine Upgrade kosten, aber ich bin momentan fast noch ein bisschen geizig, wenn ich ehrlich bin. Hier fehlt uns ebenfalls Lehm für den Ausbau, aber den würden wir auch bald, wie soll ich sagen, durchführen müssen, gerade wenn wir hier weiter forschen möchten. Apropos. Komm, wir haben Holz und wir haben Taler, dann forschen wir erstmal die Wertpflicht. Und ihr zwei, ihr arbeitet doch schon wie der Nächste. Sehe ich doch sofort. Geht doch mal hin und... Haha, ich weiß, was wir tun. Klopft Steine. Und dann holen wir uns trotzdem mal zwei Leibeigene. Noch zwei Leibeigene, wollte ich sagen. Und holen uns hier den Steinbruch. Würden uns den Steinbruch holen, wenn wir genug Rohstoffe hätten, wollte ich sagen. Dann schauen wir doch in der Zwischenzeit doch mal hier lang. Ich frage mich bloß einmal mehr. Achso, ja genau. Der lange Regen, der hier ja schon die ganze Gegend in ein Zumpfgebiet verwandelt hat. Ähm, man sagt doch eigentlich, kaltes Wasser kühlt die Gemüter. Wieso bricht denn dann erst recht ein Krieg aus? Gut, ich meine, es ist natürlich offensichtlich. Wir hatten es ja gerade schon. Die Leute von Claycourt wohnen jetzt quasi nur noch in dem riesigen Matschtümpel. Was mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen stirbt. Das gebe ich ja gut und gerne zu. Und wir haben was erforscht. Ach ja, die Wertpflicht. Das habe ich schon wieder vergessen, weil sie in Auftrag gegeben haben. Ai, 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 ai. Okay. Ach nee, hier war doch ums Eck rum irgendwie das Versteck, wo wir diese Bogenschützin, glaube ich, hatten. Also hier konfrontiert hatten mit, äh, ihrem Diebstahl. Aber irgendwie scheint hier ziemlich wenig Lust zu sein. Und wir sind auch schon ziemlich weit auf der Karte nach Westen gelaufen. Was natürlich nicht schlecht zu sein muss, aber... Oh, was ist das? Ein Tunnel-Ein- und Ausgang, in den wir wahrscheinlich nicht hineingehen können, oder? Oh, wieso? Wieso ist da eigentlich... Ja, äh, wir gehen doch schon wieder. Alles gut. Wer sagt eigentlich, dass wir hier nicht durch dürfen? Ich sehe da keinen Torwächter. Also hier, ne? Also eigentlich dürften wir das ja wohl durch. Ich meine, wir sind König. König hat Sonderrecht. Sonderrecht, hä? Meine ich natürlich. König hat Sonderrecht. Und König hat nix Deutsch. Dass der natürlich gleich wieder sich echauffieren will, dass er nichts zu tun hat. Also nichts zu tun mit dem Gebäudeeinsturz. Ja, 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 komm, Junge, an die Arbeit. Dumm schwätzen ist meine Aufgabe. Fahren Sie fort. Sichtweite von Gebäudehöhlen kommen die 400 Taler. Die lasse ich jetzt hier einfach mal springen. Ich bin ja reich wie ein Scheich. Wahlweise reich wie ein König. Und dann holen wir die Bildung auch gleich noch hinzu. Jetzt muss doch hier irgendwo noch was anderes sein, außer Matsch. Das kann doch gar nicht sein. Gut, ich meine, hier die Leute von... Oh, da liegen schon sehr viele Tote. Wahlweise sehr viele Männer haben hier ihr Ende gefunden. Ich hoffe bloß, dass die Ballistatürme das so lange aushalten, dass wir dann nicht zur Unterstützung laufen müssen. Weil ich wüsste nicht, wie wir da hochkommen sollten. Also wenn sich die Position der Städte nicht verändert hat, müsste ja eigentlich hier irgendwo hier, wo es blinkt, genau da bei Dario, ich hab's gerade gesagt, müsste ja hier irgendwo noch Claycott sein. Also die Stadt, was aber dann wieder am Umkehrschluss heißt, wir müssten hier erst Truppen vorbeischicken. Dann ist es natürlich schwierig, da rechtzeitig hinzukommen. Okay, große Wohnhäuser, Motten. Okay, also die sind schon mal hier. Vielleicht können wir uns hier trotzdem vorbeischleichen. Erik läuft da... Wo läuft Erik hin? Erik läuft da oben rum. Also es könnte sein, dass die uns in Ruhe lassen.